Hallo liebe YouTuber und YouTuberinnen, willkommen wieder zurück zum Megapoffel. Jetzt geht's wieder weiter. Dann muss ich kurz den Time aktivieren. Und ich bin... Lel. Ich bin tot, ich bin bestimmt gleich tot. Dani ist schon dreimal gestorben, okay, das habe ich erst jetzt gesehen. Unicorn hat das schon zweimal geschafft, das passt... Soweit, so gut. Und wie weit sind die bitte? Och man, da ist man einmal nicht ganz da. Und man verpasst nur alles. So. Also, falls ihr das nicht mitbekommen habt, oder falls ich das noch nicht gesagt habe... Warte, ich besuche mal hier das Haus. Hi. Och. Hä? Ähm, falls ihr nicht wisst, was ich eigentlich jetzt vorhaben werde, zu bauen. Ich suche mir dann irgendwo da unten so eine schöne Stelle aus, wo ich einfach Atlantis bauen werde. Das sind so viele Monster, es soll... Ja! Ich wollte gerade sagen, es soll heller werden. Danke, Sonne. Dankeschön. Und da ist mein Totengrab hier mit Zeugs. Ich werde mich nur für eine kleine Zeit hier drin verschanzen. Und ich sehe gerade, ich kann ein Bett machen. Äh, das klingt gut. Ich habe aber kein Holz. Das bedeutet... Holz. Was es genehmigt ist, darf ich... Ah. Äh, nee. Nee, das kreuz soll so bleiben. Äh, was? Äh. Was? Ich bin mir gerade nicht sicher, welche... Oh Gott! Oh. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Game-Mode das jetzt ist. Deswegen möchte ich den jetzt nicht angreifen. Gott! Nicht rum dürfen, bitte. Tut das nicht. Nicht gut. Ähm. Genau. Holz. Äh, Nase juckt. Und ich mache jetzt auch mal so eine kleine, lange Session. Weil wenn die schon ihr Haus da irgendwie teilweise vollendet haben und ich möchte noch eine Unterwasserkuppel da machen, ich glaube schon, da bräuchte ich etwas Zeit, aber ich werde nur... Moment. Ich bin, glaube ich, eine, zwei... Ich muss... Ich mache, glaube ich, nur drei oder zwei. Drei oder zwei was? Vielleicht auch vier. So, die Oak-Setzlinge, das platziere ich auch mal. Auf jeden Fall möchte ich da unten was bauen. Nicht hier oben an dieser komischen Fläche, was sich Erde nennt. Und das habe ich auch noch nicht gesehen. Gehen wir mit der Schere rein, genau. So, Dani hat nicht sehr viel. Aber viele Türen. Und einen schönen Eingang nach oben. Das finde ich schön. Ich bin gerade am überlegen, ob ich denen vielleicht was Gutes tue, indem ich irgendetwas anderes suche und das mit denen vielleicht umtausche, dass ich jetzt beispielsweise sage, komm, ich habe von dir ein bisschen Essen genommen und dafür habe ich dir jetzt ein paar Stacks das und das gegeben. Oder das und das und das. Was ist eigentlich mit der Truhe da oben? Wen gehört die? Ja, okay. Das ist Dani's Bereich. Das ist... Wenn ich mich recht entsinne, das... Das ist Nixplatz, glaube ich. Und wo ist Freiasplatz? Oh, ah, das kann ich auch machen. Ähm. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Punch. 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 Warte, wenn es das fürs Allgemeinwohl ist, sollte ich dann nicht vielleicht irgendwie Weizen da noch übrig lassen? Boah, ich bin aber knapp am Verrecken. So. So. Äh, ja. Gut. Ähm. Ich habe... Neun. Ich habe Holz. Jetzt baue ich mir ein Bett und... Falls es dann Nacht wird, dann geht es mir gut. Wie zum Beispiel jetzt gleich, es sieht dunkel aus. Ähm, dann... Ja. Grave Wolle und diese zwei und... Ach, ficken. Boom. Jetzt zack. 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 Bett. Perfekt. Wo platziere ich jetzt mein Bett? Ich möchte nicht bei Dani schlafen. Ne, Dani ist böse. Dann, ja, hier. Kleine Stelle zum... Ah, Eisen. Eisen. Ja, ähm. Was gibt es denn noch zu erzählen? Also ich will Atlantis bauen, auf jeden Fall. Plus benötige ich da... Äh, benötige ich da... Sau viel Sand. Sand. Sand, Sand und noch mehr Sand. Aber zuerst möchte ich die Kuppel... Ähm, ha. So, ich werde jetzt direkt sterben. Hai, hai, hai. Ha, hai. Scheiße. Scheiße. Ich möchte nur ein Bett haben. Ja, dann mache ich so... Mache ich eine Treppe oder Leiter? Ja, Leiter auf jeden Fall, weil ich da auch hoch komme. Sand, 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 das hole ich mir später ab. Ähm... So, so... Zack und... Ja, nehmen wir Granit. Dann weiß ich ungefähr, wohin ich buddeln muss. Und ich habe mein Bett. So, markiert. Dann noch das... Oh, 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 Essen! Äh, äh... Wo habe ich das? Wo habe ich das? Ähm... So, jüp, jüp, jüp. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal den weißen genommen habe, aber... Ich brauche dringend was zu essen. Von Poppys kann ich mich nicht ernähren. Und Sugar Canes... Was macht nochmal Sugar Canes? Eier, Milch, Zucker und... Ja, shit. Außer ich kenne jetzt noch so eine Zutat nicht. Aber... Ja. Tss... Wo will ich jetzt meine Stelle bauen? Ich... ähm... Muss es mir markieren. Was soll ich das hier machen? Oh, da ist ein... da ist ein Pfeil. Ja, okay, das ist nicht tief genug. Und ja, ich möchte es tief machen. Mal sehen, was ist auf der anderen Seite? Ein... Oh, Gott. Ja, ich glaube, ich habe einiges verpasst. Dafür könnte ich mich schlagen. Hier, genau. Ich wollte die Insel da wegmachen. Diese blöde Insel. Hallo, Squid... Wie tief ist es denn da, bitte? Oh, das ist nicht schlecht. Warte, dann zerstere ich mal kurz das hier. Hallo, Squiddies. So. Habe ich auch Black Ink? Das... das ist meine Stelle. Das ist meine Stelle. Ah, zack, zack, zack. Zack. So ein... Nein! Nein, das wollte ich nicht. Okay. Wie lange kann ich unter Wasser über... Ich sehe einen Fick hier. Ich sehe definitiv nichts. Okay, ich sehe schon mal eine Schwierigkeit. Ich brauche... Tränke der... Nicht Ertrinkens. Hat auch einen schönen Namen. Oder ich sammle so viel Sand. Platziere sie dann so ordnungsgemäß. Sodass sie dann nach unten fallen. Und den Platz einhöhlen. Ich glaube... Ich glaube... Ich muss es so machen. Dann brauche ich unbedingt noch so einen... Ja, warte, dann machen wir es doch hier. Das sieht sehr gut aus. Was? Wisst ihr, so ein Berg halt... Ich habe da gerade was gesehen. War das so ein Tempel oder so? Ein Tempel wäre auch nicht schlecht. Den ersten, den ich vielleicht getroffen hätte... Das sind Höhlen. Das sehe ich. Ich will nicht da runter gehen und sofort sterben. Das ist das Problem. Vor allem, ich sehe auch gar nichts. Ja. Alter! Na? Was ist das denn? Oh fuck! Oh fuck! Da habe ich jetzt gerade was vergessen. Scheiße! Äh... Resource Pack... Das ist die Ragecraft. Schnell dann! Schnell dann! Ich ertrinke jetzt gleich. Wieso wird das jetzt nachts? Wieso so schnell? Warum kommt der Mond so schnell nach oben? Hallo Mond! Ähm... Ja, da muss ich auf jeden Fall überlegen, wie ich die Potions herstellen könnte. Weil ich möchte dann schnell in die Nähte reingehen, die Sachen besorgen und dann ist gut... Mindestens ein Trank. Damit ich es aushöhlen kann. Also ich habe schon mal ein Ziel, das passt. Aber ob ich es erreichen werde? Das ist das Problem. Hä? Gut. Nein, 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 nein! Okay. So, bleiben wir stehen. Ach, da bist du! Gott! Wo ist mein Haus? Wo ist mein Haus? Wo ist mein Haus? Wo ist mein Haus? Ich will jetzt nicht Skelettern so treffen. Da, da, da! Ich weiß, was ich jetzt gleich auch noch machen werde Ich werde schauen, ob ich hier noch was ausleuchten kann Ja, hier spawnen Oh Gott So Haha Jetzt bekommt ihr mich nie Bootyful Und jetzt nach oben Oh, ich höre euch sterben Da kann ich mit dem Schwert rausgehen, das passt In diesem Schwert halt Außer da ist ein Creeper da Gut Au, Fleisch Komm zu mir, Zombie Nein, nein, nein Du bist kein Zombie-Creeper Verschwinde Ja, perfekt Ich weiß nicht Dieses Loch war ich nicht Zum Glück habe ich noch viel Dirt So, aushöhlen, aushöhlen Ich kann jetzt das aber auch noch so simpel machen Dass ich einfach So einen Tunnel mache aus Sand Na ja, versteht ihr, was ich meine Ne, ich glaube, ihr versteht es nicht Ich meine es halt nur, dass ich dann So, so, so Sagen wir mal So einen Bereich mache Und dann Tunnel Und dann Tunnel nach unten Dass ich dann, äh Mit Sand das alles runterwerfe Und zu diesem Bereich komme Da brauche ich aber auch etwas Geschick Dabei Oh, ach ja, ähm Das da Auch Sapling Ich werde jetzt auch keins verfehlen Falls ich müde aussehe Ja, das bin ich Aber lasst euch nicht davon stören Ich wollte aufnehmen Da Jawohl Machen wir den gesamten Strand voll mit diesem Zeug Mit dem komischen Zeug, was man Äh, nein Ja, umhüllen wir die ganze Insel voll mit solchen Dingern Nichts anderes Okay, dann möchte ich etwas Sand sammeln, weil Naja, ich glaube, ich habe genügend Sand Jetzt nur noch zu der besagten Stelle schwimmen Die ist auf der anderen Seite Okay, immer merken Insel In Richtung Dorthin Links von dir Danis Haus Ja, passt Ich habe Knochen, stimmt Ähm Da Oder das mache ich jetzt später dann vielleicht Oder Weil es sieht gerade fertig aus Es ist fertig Gut Das da Das da Ja, ich tue viel für das Gemeinwohl Aber das Gemein bin ich Ich kümmere nur um mich selbst Was ist das? Ah Da ist noch was anderes Dann lassen wir das mal schnell wachsen Perfekt Und hier und da Machen wir hier auch so eins Ah, perfekt Wie lange sind wir schon? 19 Shit Ähm Ich begebe mich mal ganz kurz in Sicherheit Ich werde jetzt dann So Raus connecten Dann mache ich weiter Aber trotzdem mache ich hier Sozusagen Cut Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Auf Wiedersehen So